Wir sind jung, dynamisch, voller Tatendrang. Wir sind Tradition. Wir haben Erfahrung, sind innovativ und exportstark. Uns bewundert die ganze Welt. Man nennt uns Wirtschaftsmotor. Stabil und krisenfest. Wir sind der Mittelstand. Der Mittelstand schafft Arbeitsplätze. Der Mittelstand sichert Zukunft. Der Mittelstand verändert die Welt. 3,6 Millionen kleine und mittlere Unternehmen erbringen über die Hälfte der Wirtschaftsleistung in Deutschland. Und wer unterstützt die kleinen und mittleren Unternehmen unseres Landes? Wer vertritt ihre Interessen? Wer gibt Antworten auf ihre Fragen? Der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft, der BVMW. Die Stimme des Mittelstands. Wir mobilisieren die Öffentlichkeit. Wir helfen den Unternehmern vor Ort. Wir helfen in der Kommunalpolitik, in der Landespolitik und wir helfen natürlich in der Bundespolitik. Kurz gesagt, wir schaffen Nutzen für unsere Unternehmer. Der BVMW vertritt im Rahmen seiner Mittelstandsallianz rund 600.000 Unternehmen mit über 12 Millionen Mitarbeitern und ist damit die stärkste Kraft des freiwillig organisierten Mittelstands in Deutschland. Der BVMW bringt die Anliegen des Mittelstands erfolgreich in die Politik. Der BVMW ist wirklich die Stimme des Mittelstandes. Hier wird eigentlich die Richtung bestimmt, wie es in Deutschland im Mittelstand weitergeht. Damit die Politik den Mittelstand nicht vergisst und nicht nur den großen Unternehmen die günstigen Rahmenbedingungen schafft. Mit 300 Geschäftsstellen in ganz Deutschland steht der BVMW täglich im direkten Dialog mit dem Mittelstand. Der BVMW liefert die Bausteine für den unternehmerischen Erfolg. Wir gestalten die digitale Zukunft. Wir helfen bei Rechtsfragen. Wir setzen uns für den Mittelstand ein. In Berlin und in Brüssel. Auf über 2000 Veranstaltungen im Jahr erhalten Unternehmer deutschlandweit wertvolle Impulse. Ein vergleichbares Netzwerk bietet kein anderer Wirtschaftsverband. Das muss man erstmal schaffen, eine Veranstaltungsreihe auf den Weg zu bringen, wo es einem peinlich sein muss, wenn man nicht eingeladen wird. Weltweit ist der BVMW auf allen wichtigen Wachstumsmärkten mit eigenen Auslandsbüros für seine Mitglieder präsent. Konzerne und Arbeitnehmer haben viele Verbände, die ihnen bei der Politik Gehör verschaffen. Der Mittelstand hat nur einen. Der Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft ist ein ganz wichtiger Gesprächspartner. Der Verband ist notwendig für eine gute Standardpolitik. 99 Prozent aller Unternehmen in Deutschland gehören zum Mittelstand. Sie brauchen einen starken Verband, der Ihre Interessen erfolgreich vertritt. Sie brauchen uns, den BVMW. Säger 10.000 Uhr resource showen um Wachstumsmärkten. Der Bundesverband ist ein sehr viel mehrer Überzeugung für die levar der Rent cooked EXTRITS. touring bew� бо yen für die Command played 군 vor. grac прогmlisse Musik von Wachstumsmärkt. Sie brauchen auch eine Neuf alzude. Vielen Dank.